Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Informationsvideo. Heute geht es um 5-HTP. 5-HTP ist eine nicht essentielle Aminosäure, die im menschlichen Körper sowohl an der Serotonin-Produktion als auch an der Melatonin-Produktion beteiligt ist. Und weil diese Aminosäure an keinerlei anderen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, wird sie vollständig zu Serotonin verstoffwechselt, dem sogenannten Glückshormon. Bananen machen glücklich, oder? Ja, das stimmt. Denn 5-HTP kommt tatsächlich am häufigsten in verschiedenen Bananensorten vor. Weil 5-HTP zu Serotonin und dieses wiederum zu Melatonin umgewandelt wird, hilft 5-HTP dabei, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu optimieren. Eine Einnahme vor dem Schlafen gehen kann also die Einschlafzeit verkürzen und fördert einen entspannten, gesunden Schlaf. Und Serotonin hat als Hormon und Neurotransmitter gleich mehrere Wirkungen im menschlichen Körper. Insbesondere wirkt es nämlich auf den Magendarmtrakt, auf das Nervensystem und auf das Herz-Kreislauf-System. Aber die wohl bekannteste Wirkung ist der Effekt auf das Zentralnervensystem und die Stimmungslage. Daher also die Bezeichnung Glückshormon. Sehr interessant wird die Wirkung von 5-HTP mit seiner Serotonin-steigernden Wirkung bei Übergewichtigen. Denn bei Personen mit Übergewicht liegt oft ein niedriger Tryptophan-Wert im Blut vor. Tryptophan ist die Vorstufe von Serotonin, also auch wichtig für die Stimmung. Und weil die Nahrungsaufnahme auch unmittelbar mit der Serotonin-Produktion im Gehirn zusammenhängt, wir kennen es alle, Essen macht glücklich, oder? Führt ein Mangel an Tryptophan bzw. Serotonin zu ständigem Verlangen nach Nahrungsmitteln und Heißhungerattacken. Also eine Nahrungsergänzung mit 5-HTP kann auch den Appetit stillen und deshalb bei übergewichtigen Personen eine große Hilfe sein. Für die Herstellung unserer Health Plus 5-HTP-Kapseln werden keine Bananen, sondern die afrikanische Schwarzbohne Griffonia Simplicifolia verwendet, um daraus den 5-HTP-reichen Griffonia-Extrakt zu gewinnen, der in den Kapseln in hoher, aber sicherer Dosierung enthalten ist. Als Nahrungsergänzungsmittel werden Sie für eine Weigerung des Serotonin-Spiegels eingesetzt und idealerweise als Kapsel einmal täglich etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen eingenommen. So kann sich das 5-HTP bzw. das verstoffwechselte Serotonin direkt positiv auf den Schlaf auswirken. Bitte halte dich allerdings bei diesem Produkt an unsere Dosierungsempfehlung, die vollkommen effektiv aber gleichzeitig auch sicher ist, denn hier wollen wir definitiv eine Überdosierung vermeiden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war hilfreich für dich. Falls du noch Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.